ja servus leute ich begrüße euch servus es geht wegen dem 16 den samstag ich habe lange überlegt ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr fahren wenn ich ehrlich bin weil es halt doch sehr kalt geworden ist aber ich versuche es falls noch jemand dabei ist dann probieren wir es einfach 12 uhr wäre treffpunkt bei diesem nordostpark wo ich schon gesagt habe genaue daten würde ich dann reinschreiben bitte schreibt jetzt mal wer kommt wir machen bloß eine kleine fahrt würde ich einfach sagen vielleicht so von zwei stunden oder so das langt voll und ganz dann sind wir wahrscheinlich tot erfroren und genau schreibt bitte mal rein wer wirklich nur kommt und dann schreibe ich den rest als beitrag unter der video beschreibung gut super also bis dennne